ich würde sagen zuerst mal oben ja noch mal so gut wie tot so wieder auf normal lassen wir alles so die Liebe von deinem Leben du warst durch die Settelungen evade die Law gambling du warst gut genug aber wenn du gewonnen jemand hatte zu verlieren und wenn es etwas der Masked Man wirklich nicht stand war es zu verlieren dann aus dem Wasser ein Gentleman appeared offert zu resolve eure Predigtment in return for your soul schon wieder du warst umzingelt ohne Fluchtweg du warst so gut wie tot schauen wir mal oder blockt die Schmerzen positionen sich außerhalb der Schmerzen du warst so gut wie tot oh ha ja gut da gibt es für mich eigentlich nur einen Weg und das ist hinter den Tresen oder auf gut Glück und dann Tresen ja das sind dann aber zwei AP hier ist einer hier ist einer und hier ist einer ist nur hinterm Tresen bist nur hinterm Tresen sicher 25% oh man aber er hat getroffen er hat getroffen 0% gut dann kriegt sich das da nichts ok ja jetzt doch mal das schaut gar nicht gut aus das schaut überhaupt nicht gut aus ei vielleicht hätte ich auch besser einen Tisch umhauen sollen als wir hier die Position kann es halt auch nicht hochlaufen am besten wäre es gewesen wenn ich da einen ausgeschaltet ausgeschaltet habe und dann das ist ärgerlich 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 was ist das hier da läuft er hoch was soll ich machen das ist so vorbei 170 Glück ach komm warum trifft sie nichts warum will sie nichts treffen kann man das Glück hat kein Glück mehr das ist ja nicht wahr Zeit zu sterben nimm so viele von ihnen mit wie du kannst ok verstehe hier noch aber es ist halt keine Ahnung Muscles aus Was? Oh! Töte jeden in der Stadt. Sende über den Telegraphen einen Notruf, um mehr Gegner herbeizuholen. What? Wo sind die Gegner? Hier, hier, hier. Das machen wir direkt, oder? Hier, hier. Das ist eine größere Herausforderung. Die Rache wird mein sein. Ja. Ja. Und jetzt. Das ist gut. Aber mit der habe ich noch vier Schuss. Das heißt, die sollte ich mir aufsparen. So, wie wird der da laufen? Ich hoffe, da ist keiner drin. Sehr gut. Oh, die schießen jetzt alle auf mich. Das Glück. Oh, wie viel Glück hat denn der? Irgendwann muss ja ein Treffer kommen. Ja, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist hier. Oh ja. Oh ja. Oh ja, jetzt wird es schon schwieriger hier. Also. Oh. 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 Beziehend wie so ein Dämon oder sowas. Oh, oh. 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 Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier stehen bleibe. 25 Glück nur noch. 60 Prozent. Seid ich mein Glückwagen? Ich hab keins. Das ist eine schlechte Position. Ohohohoho. Hallo, hallo. Ich glaub, das ist mein erster Tod. Beziehungsweise mein zweiter jetzt. Wir sind ja schon gestorben. Wie könnte ich den? Am besten. Am besten. 70 Prozent. Der muss sitzen, ansonsten rip. Fuck. Wow. 70 Prozent. Oh shit. Das war's. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da muss man voll, da muss man voll auf. Muss man voll. voll drauf gehen. Aber nur 25%? Wie kriechen die? Wie soll ich denn die am besten kriegen? Das ist das. Das ist voll zugesperrt hier. Alles mögliche. Das ist schon ein heftigeres Kaliber hier. Ich habe halt nichts. Ich habe halt wirklich nichts. Was ist das für eine Anzeige eigentlich? Reichweite-Modifikator. Die haben so viel eine bessere Position. Hier kannst du dich nicht verstecken, gell? Da hat sie direkt. Das geht nicht. Okay. so war hier 45 prozent der muss sitzen sehr schön 0 prozent das ist wunderschön der muss weglaufen der typ muss weglaufen nach getroffen der sack sieht schlecht aus sie hat nur noch ein leben sie könnte eigentlich full helm gehen was auch immer hier full helm wäre 20 prozent ja auch nur 20 prozent jetzt läuft da florence hat sich geopfert also was auf dem brett du 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 es du Ich würde das gerne wirklich mit dem schaffen, dass halt ... Einfach mal die Leute rufen. So. Da kommen sie schon. Oh, ich hab da keine ... Keine Leckung. Ah, der trifft. Skandalös. So. 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 Was ist das? Wo sind die? Oh 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 Von hinten können noch welche kommen Oh hey, der platziert sich aber Ganz schön frech hier Das ist aber ganz schön frech Wo platziere ich mich da am besten? Lass euch ihn einfach abschießen Oh mein Gott, das war ganz schlecht von mir Ach du Scheiße Scheiße Der hätte ja stehen bleiben können Und abschliessen können Oh ey Da bin ich im Direk Da bin ich direkt in seiner Schuss In seiner Schussbahn Fuck Na gut, ich kann weit laufen Hm Ich glaube die Schlinge zieht sich langsam zu Ohhhh Ohhhh Ich glaube die Nines Ich glaube die Nix Ich werd vor über 20 A$ Ach, das gibt's nicht. Das darf nicht wahr sein. Auweia, 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 auweia. Das war halt ein 70er. 70 Prozent. Der hätte eigentlich sitzen müssen. Boah, der hat ne gute... 100 Prozent. Der muss weg. Dass der nicht getroffen hat. Oh shit, das war brutal. Oh, da stehe ich voll im Freien. Das war gar nicht gut. Das ist nicht so einfach mit dem... ...mit dem Telegraph. Ich würde das schon gern... ... gern irgendwie schaffen. Zeit zu sterben. Ganz... Oh, okay. Man kann nicht hoch... ...man kann nicht mal hochlaufen. ...dass er einfach nur... Ah komm, machen wir es nochmal so. Was soll es? Was soll es? Oh ey, jetzt treffe ich auch nicht. Immerhin. Also ich kann auch mal schießen. Also ich kann auch laufen. Aber wohin? Tja, das ist natürlich. Aber nachladen. Sie stirbt jetzt eh. Lawrence was dying. Her eyes growing glassy as her soul slipped away. Ach, der Sack. Der Gnadenstoß. Oh, der Gnadenstoß. Ah, schon wieder. Der Gnadenstoß. Ja, der Gnadenstoß. Wenn es nicht klappt, mache ich es ohne. Ist auch egal. Aber ich habe es dann dreimal versucht. Und gut ist es. Und gut ist es. Und gut ist es. Ich meine, ich kann ja weit laufen. Das ist ja nichts. Das Ding ist halt, die kommen halt von allen Seiten. Da ist das Problem. Da ist das Problem. Ah, da ist schon einer. 30%. Das Ding ist, ich habe auch nicht so viel Schuss. Hier ist ganz blöd zu fighten. Warum bin ich hier hinten? Und bin ich hierher gelaufen? Oh, das ist ganz, ganz mies. Ah, da ist schon einer. Und was macht der? Ja. Oh, der hat das überlebt. Das ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Auweia, auweia. Ah. Der muss weg. Der muss sowas von weg. Fuck. Der muss sowas von weg. Vielleicht irgendwo oben verschanzen oder so. Sobald ich hier vorbeilaufen will, schießt er mich ab der Sack. Oh, das ist mies. Oh, das ist mies. Das ist richtig mies. Das ist mies. Das ist mies. Das ist mies. Ich habe ja auch mal... Das ist mies. Das ist mies. Das ist riesig. Das ist riesig. Das sind ja wirklich von allen Seiten. 48, 55. Oh weia, oh weia, oh weia. Ich könnte ja theoretisch noch immer weglaufen. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr weglaufen. Der trifft halt auch nichts. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist 70%. Oh man, das ist... ...verflaucht. ...wieder mit einem Auge. Und er hat sich aber jetzt schön verschanzt. Der Sack. Der Sack hat sich jetzt wirklich schön verschanzt. Das Ding ist, ich kann hier nicht mal mehr rausrennen. Ich könnte hier eventuell noch schauen, aber... Oh man, das ist alles Käse. Oh, das ist... Hier gibt es keine Tür. 40%. 45. Was mit ihm? 41. 41. Er hat einen Schaden gemacht. Er hat einen Schaden gemacht. Da kannst du nicht mehr räumlich sehen. Ja, ja, gut. Das ist natürlich mit einem Auge. Hühner Auge. Boah, wie viele Gegner gibt es hier überhaupt? Ich glaube, hier gibt es mehr Gegner, als was ich coolen habe eigentlich. Nein, Schaden. Du willst mich verarschen. Ich muss hier irgendwo rauslaufen. Ohne Spaß jetzt. Oh, die stürmen jetzt. Jetzt stürmen sie von allen Seiten. Pass auf. Darauf warte ich richtig. Der muss jetzt down sein. Der muss down sein. Steht ja da, wie viel Schaden du mal... Ja, stimmt, stimmt. Stimmt, aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, da steht eh da. Ah ja, nicht drauf geachtet. Ja, ja, das stimmt. Du täuscht dich nicht. So, ja, nochmal, zack. Daneben, 70%. GG. Das ist nicht wahr. Was ist denn da jetzt los? Oh, jetzt von der Seite auch noch. Der Einser. Ja, den könnte ich, den könnte ich, den könnte ich, ja. Autsch. Der hat gesessen. Jetzt, jetzt darf jeder mal. Und der ist sogar auch 70%. Komm. Schön daneben. Ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Die Runde ist verflucht. Boah, jetzt aber. Das wird eng. Na, das ist vorbei. Ich darf mich nicht verschanzen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, glaube ich. Ich muss so einen abschießen, wegrennen. Nachladen, abschießen, wegrennen, nachladen. Ich brauche da eine gescheite Route. Aber das ist halt. Keine Ahnung. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Hier. Mit der halte ich noch einen Schuhe. Ja, aber das ist vorbei. Das ist vorbei. Jetzt habe ich einen getötet. GG. Der nächste Schuss, der bringt mich wieder zurück ins Jenseits. Ich warte nur darauf. Autsch. Oh Mann. Oh Mann. Das ist was. Also. Das ist echt eine Mission. Die ist echt übel. Die ist richtig übel. Ich will das schaffen. Das nervt mich ein bisschen.